Es ist nochmal euer Rap-Movie. Heute spiele ich Minecraft Hardcore. Also es tut so ein paar Laufen, wenn ich einmal sterbe, dann ist es zu Ende. Und ja, hier ist was Kenia. Und im Minecraft-Namen seht ihr auch. Und leid dann nütz und lasst da ein Abo da, damit es kein Videos mehr verpasst. Und die gehen auch direkt rein. Weil letztens mal Pudding hat, dann keine Ahnung warum. Hallo! Fisch! Klöte! Ach so, das stimmt. Also unser erster Ziel ist, sich schon mal drei Schafe zu kriegen. Hey Leute, hier ist Jakob. Was geht ab? Ich will Schule. Schule. Oh mein Gott, sag ich dir. Hey, hey. Hey. Okay Leute. Ich mach ruhig mehr. Ich mach ruhig mehr schneller. Okay Leute. Ähm, ich sag euch, ich mach da wieder an. Ich mach da wieder die Filo an, wenn, ähm, ja. Wenn da, wenn ich zwei Schafe gekriegt habe. Und bis gleich. Okay Leute, wir haben schon mal einen Schaf. Ja. Hier ist es schon so ein Schaf. Ich mach auch. Ein Schaf. Das ist schon mal ein Schaf. Dann kannst du, dass du ein Schaf! ...hahaha! Dann kannst du... Das ist schon ein Schaf. Los! Los! Los geht! Okay, Leute. Okay! Okay! Ähm... Bei... Ähm... Jetzt so! Noch ein Scharf. Wenn wir ein Scharf haben Und äh... Noch ein. Noch ein Scharf, wenn ich anfange auf die Bäume zu sammeln. Weil... Also Scharfe... Ja! Und da ein, sogar zwei. Ich hoffe, ich möchte viel essen. So! Komm her! Komm her! Jetzt... Oh mein Gott! Okay, Lacken! Ja! Jetzt noch ein Scharf! Dann ein... Ich hoffe, ich warик! Ja! Ja! Ich hoffe, ich war ganz schön! Wenn du jetzt einfach... Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Okay, Lotte? Okay, Lotte? Okay, Lotte. ok ok leute ich bin ganz schwer zurück ok ok leute manchmal muss ich das Video stoppen bringen mein Kollege der kommt manchmal einfach hierher auch sorry Barney ok holen wir das wieder ok machen wir das hier das hier jetzt können wir besser Tiere bei uns kriegen mit Dufi ja können wir gleich Fifa spielen das ist jetzt erstmal mein Hardcore ok Dufi ok wir müssen gut auf Essen achten das ist ein guter Scheinchen hey das ist Minecraft das läuft oh nicht rein nicht rein oh warte mal kurz können wir nächstes Mal immer 3 Leute grüßen hm können wir nächstes Mal 3 Leute grüßen was meinst du mit du darfst 3 Leute grüßen hm ich darf 3 Leute grüßen warum können wir heute warum halt einfach so damit wir fröhlich sind also 6 Leute grüßen wir ja nein ich mache nur ein Live ok dann machst du ein paar Likes ich mache ein paar Likes nein Live die Live wenn ich einen Live-Kunsch hatte das mache ich nicht dafür muss ich größer werden ok let's go easy wie wie machst du dann Youtube weil du grüßen wirst ich darf ja Youtube machen aber nicht Live-Kunsch ok 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 dann machen wir uns das hier oh 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 mein Gott oh mein Gott oh mein Gott wenn ich hier kann da kommen was ist immer noch ok 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 hey Leute Ich schreibe es einfach in die Kommentare. Ich schreibe es einfach in die Kommentare. Nein, schreibe es einfach in die Kommentare. Ich mache es nicht nur für Abos. Das machen nur welche, die nur in die Kommentare sind. Ich würde es gerade einen Creeper gespürt. Ich würde es gerade einen Creeper gespürt. Ach du heilige Scheiße. Ich brauche Steine, ich brauche Steine Leute. Sagt mir, wenn ihr Höhlen findet. Ah, oder Stein. Nein, das ist kein Stein. Okay, ich muss jetzt erst mal essen. Warte mal Leute. Okay Leute, ich bin wieder zurück. Sagt mir, wenn ihr einfach Steine findet. Wann ich weiß was von denen. Komm schon, bitte. Ich will euch ja gleich keinen Bock mehr. Das ist ein Kack Seed. Okay. Bitte Steine. Ey, nur Gravel. Ich habe keinen Bock mich jetzt runter zu bauen. Ich habe das Semino. Ich habe das Semino. Let's go, shine am Steinalarm. Let's go. Oh, das ist gerade eine Höhle. Noch Eisen hier. Wir brauchen erst noch Kohlipall. Hey, nein. Es ist ja leid, wir brauchen nur ein bisschen Kohl noch. War es so, Christian, Ronaldo und Messi? Ja. Oh, hat sich Messi und Christian und Ronaldo einfach gekauft. Oh, nein. Goofy, Goofy, ach. Okay, Lade. Um, Anna. Ich glaube, ich habe Kohlipall. Ich glaube, ich hatte richtig Bock an, so Kohlipall. Oh, fuck. Ich muss mich, ich muss mal. Ich kann nicht, ich bin. Ich bin, ich bin. Das hier und das hier. Dann mache ich mal das hier. Okay. Bitte keine Monster. Bitte keine Monster. Let's go. Oh, viel besser auch die Jungs. Okay. Ich komme auf Level 3. Let's go. Oh, so viel Kohle. Oh, mein Gott. Jetzt ist es noch Stein. Oh, das ist Kohle. 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 Und nochmal Kohle. Geil. Oh, das ist eigentlich cool. Geil. Zehn 0. Nochmal Kohle. Nochmal Kohle. Oh, das ist auch cool. Nochmal Kohle. Ähm, warte mal. Oh mein Gott. Ich glaube, wenn sie es sieht, ist es nie ein Dorf. Ähm, ich habe ein Einzelnen zuvor am Anfang, wo ich gesagt habe, es gibt keine Bäume. Ja, hier sind alle im Ruhm. Ey, warum kommt man in den Dorf? Schön, ne? Okay. Halt deine Fresse. So, nein, nein, Leute. Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Oh, Leute. Wir holen die. Was geht ab? Hallo? Dann gibt es welche Hunde? Neue. Bye, Bye. Ich glaube, du bist die Hunde. Okay, fuck. Wir gebissen die Hunde. Ich hab meine 기본en keep personas unter den H wait. Nee dafür! ريkt Du bistdäni, fr seis come eine Kerze. Ey, hab ich dir gedacht, mal. Mach das sag doch! Stig mal. Soy du eins. Ich dich sag doch doch. und dann sehen wir uns mal wieder beim tag 2 und bye bye gucken morgen Leute hier wieder am Tag 2 und hier fangen wir mal wieder an das erste was wir jetzt tun ist das erste was wir jetzt tun ist das erste was wir jetzt tun damit wir auch ein Dorn finden können das ist jetzt so wird es dauern und wir gehen uns gleich wieder ein pillagerdorf mitten im wasser kann doch nicht Delfine warte mal ich habe gehört dass immer Delfine von vorhin keine Fringe haben die fallen hier wieder runter wir sehen uns gleich wieder weil ich hier alles geformt habe das ist das schwierigste was wir jetzt hier sehen wir sehen uns gleich wieder oh mein Gott ok wir sehen uns gleich wieder oh mein Gott Leute das ist doch herzlich einfach nur demonstriere was du ok Leute ich zeige euch jetzt erstmal was wir alles in der Chef gefunden haben also wir haben erst das hier Schöne 2 Spielefeuerung, 4 Karotten, 9 Kartoffeln, 3 Eisen, was sehr gut ist und das war alles. Und ja, ich hoffe, wir finden noch ein Dorf. Also wenn wir ein Dorf finden, dann kommen wir endlich da, dann müsste sich alles wieder enden. Und ja, und dann sehen wir uns gleich, wenn ich ein Dorf finden habe. Let's go Leute, viel Kraft, wenn so eine Höhle gerade kommt und ein Dorf. Das ist der vierte Tag jetzt, Tag 4. Also wir werden erst die Dörfer uns suchen und dann, also ich habe gerade noch nichts gegessen. Also ich fange jetzt mal wieder an, aber das letzte. Und dann habe ich einfach so etwas, irgendein Schest gefunden von den beiden so. Ich kenne doch die Obsidian-Teile, wo so, die, so, 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 dieser einen Obsidian-Teil so, hat so ein Portall, aber was jetzt kaputt ist und dann ist das Lava, Magma-Steine und so. Und da habe ich einfach so ein Schest zu weit aus dem gefunden. Ich hab noch eine Endermenge darauf kurz gekillt. Tja, dann hab ich das hier gekriegt. Wir werden das mal ausprobieren im letzten Video. Aber erstmal werden wir uns hier alles untersuchen. Was? Das hab ich grad nicht gesehen. Das ist toll. Das ist wichtig für uns. Das ist toll. Das ist toll. Ja. Okay Leute. Ich werde gleich das Video stoppen. Und ja. Ich schau euch dann. Das war's mit dem Video. Like, abonniere und lasse die Glocke. Damit ihr kein Video mehr verpasst. Und tschau Leute. Das war's. Das war's.